so bisschen comedy ich warte immer noch ich habe immer noch hoffnung dass kernisch irgendwann online kommt sind die sie haben gibt es neue folgen sind die sie was haben wir uns zuletzt angeguckt welchen teil haben wir zuletzt angeguckt 13 13 ok sind irgendwie ich weiß noch immer nicht immer das ausspricht sind die sie sind die sie der maniak sind der zehn arme nach römen sind die sie die adag b nein sind die sie ich weiß es nicht soll das prison break intro musik mit beatbox gemacht sein für mich sieht er hat sich das mehr an wie wenn du bei book of raw bücher bekommst schuld einfach seine eier ich bin klar was mach ich hier was habe ich gemacht ich habe das nicht verdient warum bin ich in knast du kelp wir müssen die zügel anziehen gehört jetzt dazu da müssen sie alle durch zum erwachsen werden dazugehören ich bin ich bin der typ der die straßen reinigt und du bist jetzt weg du bist jetzt weg klack sei leise du hund du mal kasten stahl zu seid ihr salami wie sieht eigentlich aus mit meiner entlassung willst du mich jetzt verarschen oder wat wenn du mich jemals so eine scheiße fragst versuche ich dir den arsch ne ich mach keinen überfall mehr der geht zum kinderknast der ist bestimmt unschuldig der heult im bett nachts die kriegen so eine so einen eigenen zellentrakt und dann sitzen die da so unter sich die wände sind pink tragen sie bitte ihre daten ein den namen und vornamen bitte mit lederste trennen ey warte mal bin ich jetzt hier komplett blöde oder was man es geht nicht mit leertaste haben mich weg in diesen ganzen laden hier gleich auseinander ich sehe ich sehe ich bin ich jetzt hier komplett blöde oder was man es geht nicht mit leertaste haben mich weg in diesen ganzen laden hier gleich auseinander ja es lässt langsam nach es lässt ein bisschen nach es ist immer noch lustig aber es lässt langsam ein bisschen nach was bisher geschah schuld einfach seine eier wala ich bin im knast warum bin ich im knast du kelp wir schieben gleich so scheiß dinge in den arsch dann es geht nicht mit leertaste haben mich weg in diesen ganzen laden hier gleich auseinander ich meine das voll ernst dann 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 da dann Luxuszelle, Alter. Ja, Kelp, das voll gefährlich wurde ist, wallah. Hab eine große Fresse, kein Problem. Ihr könnt mir keine Angst mit Knast machen, ich geh in den Bau. Manuel! Brudi! Willkommen zurück, Brudi! Habibi! Mein Bruder Manuel, du geile... Was ist da auf den Shirts drauf? Nein! So, du geile Schnecke. Das Ding ist, zu jedem Album musst du einmal in den Klass. Berufseinbrecher, Janne. Wo sind wir gelandet, Bruder? Ich will schnell raus. Hey, Bro, wir kommen raus, mach dir keine Sorgen so, ne? Ich brauche nur einen Fernseher, mit dem ich abends da sitzen kann und Fernsehen gucken können. Und das Geile ist, ich hab ja vom letzten Klass ja immer noch den kleinen Fernseher... Eihin... Hey! Peter! 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 Put auf die Scheiße, lad. Halt dat mal! Ich finde eine City ohne Grund, Bruder, auch sehr süßer Zitat von unserem Chebep. Bitte, lasst mich in Ruhe mit dieser Scheiße, lasst mich in Ruhe mit dieser Scheiße, bitte. Okay, Chalas. Ich schwöre, lasst mich in Ruhe, Moise, ne? Lasst mich in Ruhe, Land. Also als allererstes möchte ich an der Stelle mal einmal anregen, dass der Moise anscheinend ziemlich geeistoutet ist. Der Motherfucker ist eist out. Total random. Einfach so sinnlos. Im Knast. Ich will raus hier. Sag mal, sag dieser Kastchenstab, wer fick in seinen Muttern? Okay, okay, das ist echt eine kleine Folge. Das ist echt sehr witz. Komm hier, du Schlepp. Du Kalbun! Fickst du einen von uns, wir ficken dich. Lagt ein Wort von euch und wir ziehen eure Hosen aus, ihr Kelps. Komm mal her, Kelp. Komm mal her, du Hund, Land. Warum sollte ich? Du Kelp, willst du boxen? Ausziehen, boxen, so. Komm rüber, komm. Du Hund, komm. Dein Bodyguard fick ich 100%. Sag das deinen Polizeibeamten, die neben dir sitzen. Lutscher. Lieber krieg ich auf die Fresse, sag ich dir ganz ehrlich, als dass ein Kollege wegen mir auf die Fresse kriegt. Halt deine Schnauze und komm nach vorne, wir reden jetzt mit dir hier vorne, Maniak. Hey, mach das noch einmal, ich brech dir den Finger. Das war böse, das war böse Szene. Wie meinst du das, Genie, wie meinst du das? Warum hast du mich Kassel? Warum sollst du mich Kassel hassen? Kein Problem, Bruder. Der war wirklich gut. Ja, nee, man muss auch sagen, wenn es gut ist. Hör mal, was stehst du hier so rum? Geh mal weg von meiner Tür. Warum machst du jetzt so mit mir? Weil es geil ist. Weil es mich zufrieden macht. Es gibt mir Seelenfrieden. Ja, Maniak. Das ist reine Schikane. Wenn sie dich schon wie ein Hund behandeln, dann sei wenigstens ein Pitbull. Warum redet Bushidos Figur eigentlich nie? Du bist du eigentlich, Alter, ja? Dass du mir nie deinen Mund aufmachst. Wer bist du eigentlich, Alter, ja? Das heißt nicht nur, weil er schweigt, dass er voll der krasse Typ ist. Er schweigt, weil er einfach schießt. Ne, Animus kommt aus Heidelberg, glaube ich, oder? Kommt auch aus Heidelberg. Satme Häuser. Greif mich mittags um zwölf auf dem Marktplatz an. Du bekommst sofort die Antwort auf deine Nase. Kein Problem. Wenn ich es irgendwann rausschaffen sollte. Ganz easy schlag ich dich tot, Bruder. Ich schlag dich tot, ganz einfach. 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 Wer dich mit uns anlegt, der geht richtig in die Fresse. Die sind hässlich. Die sind hässlich. Fast bei jedem Einkauf bares Geld sparen. Kennst du das? Was soll das? Du willst dir wieder irgendwas online bestellen. Halt die Schnauze dran. Was ist das? Ey, was ist das denn für ein Telefon? Man kann alles im Gefängnis organisieren, wenn man das vernünftig macht. Was ist das denn? Wie viel Speicherplatz hat das? Ich will das haben. Ich bin Facebook, Bruder. 24 Stunden online am Anerkrüm. Gib doch mal, ja. Habibi. Sollen wir nicht mal einfach irgendwelche Leute anrufen, Klingelstreichen machen? Wen soll ich anrufen? Sag du mal. Da Vinci, dieser Maniak. Wen soll man anrufen? Sag mal ehrlich. Können wir Flair anrufen? Sollen wir Flair anrufen? Habibi, wir können alles. Was geht so noch? Gib mir ein 16er. Was meinst du? Gib mir 16 Bars. Lass mich hören, was du kannst. Ich hab so einen krassen Flow, du nicht. Yo, was geht ab, yo. Ich komm auf die Party und fick dich. Yo, meine Gang. Geht schön im 10. Block. Ihr kommt vorbei, stech nicht ab. Mein Name ist Hassan. Ich wohne hier. Du bist nix. Ihr seid alle Kacke. Rap ist mein Leben. Ihr ganzen Hip-Hop-Massrader-Typen. Ich fick mich doch, dass ich rappe. Was ist das? Noch. Da? Ja, ich hör dich. Ach, du bist einig. Da hat sich aber einer ganz schön ins Zeug gelegt, ne? Geh, wo meine Eier? Geh, ihr Köln. Beikos, ich mach dich kaputt. Jalla, bye. Das sind meine Fingerabdrücke drauf. Dieser Handy hat uns gefickt. Was ist das? Das ist der Shitsock. Na? Alles klar? Bruder, es gibt nichts Besseres als Knast für Training. Was für ein Training? Dann gehen wir mal ins Fitnessstudio. Steig ein. Piranha, die haben ein Ja. Wo ist der Typ? Aua. Abonniert das Ding. Das ist echt sehr wild. Das ist echt sehr, sehr wild. Das ist echt sehr, sehr wild.